Willkommen auf meinem Kanal. Das Zerlegen des OM936, das Video hat großes Interesse gefunden und darum heute Montage eines neuen Zylinderkopfes, nachdem der alte Durchüberhitzung Schaden genommen hat. Viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt stehen wir hier schon relativ gut senkrecht, ist aber noch die Frage, ob beide richtige Position sind. Walspiel geprüft. Okay. Das ist wichtig. Hier ist es auch. Das muss hier auch wieder in etwa senkrecht stehen. Da haben wir gleich noch einen weißen Zahn. Jetzt kannst du das ja nämlich noch korrigieren. Steht immer noch ein senkrecht. Aber hier haben wir es glaube ich. Wohl einen können wir hier auch noch. So, jetzt steht er. Das sehen wir aber wieder vor. Okay. 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 Das gleiche. Das gleiche. Das gleiche. Einzahler. Was heißt denn jetzt wieder zurückfahren? Toll, reicht. Dann gebe ich jetzt die. Achte. Dann gebe ich jetzt die. Ja. Dann tauchen wir. Und setze Einzahler weiter. Und jetzt setzt es wieder ab. Dann fahre ich mal hier an. Dann gehen wir mal. Ja, das geht um mal. Der ist eigentlich zu kurz, aber er sitzt genau um die Dicht. Jetzt läuft, hier wäre ich ein bisschen runter. Kannst du gleich mit einer Hand ein bisschen langer auf der Seite? Ja, super, perfekt. Hinten zu dir? Sitz. Halt. Hinten. 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 Der Zappfer Zappfer Wow! Auch hier, zapfen. Das Finger raus, da hätte ich nochmal wirklich auch die Handschuhe nehmen sollen. Die liegt jetzt auf der Nocke, siehst du, deswegen kriegen wir das jetzt noch nicht runtergezogen, weil die hier auf der Nocke liegt und hier ist sie auch auf die Nocke aufgelaufen. So, und jetzt müssen wir halt diese, welcher Räger machen. Ah, sehr gut. Das ist der vom Versteller. Den nehmen wir mal als erstes. Und dann gehen wir einfach davon aus, dass von der Nomenklatura her, dann gehen wir mal wieder. Der. Ah, das geht über die Schraubenlänge. Kann ich aber jetzt wieder machen. Pass auf. Wissen Sie? Das passt. Ja. Von der Schraubenlänge her. Cut. Mein Freund. Der ist auf der aufgelaufenen Mocke hier. Und das heißt, nochmal. Das heißt also, da, 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 da und da zuerst. Genauso hier. Und der, der steht auf dem aufgelaufenen Mocke. Ja. Ja. Also bei dem müssen wir hier anfangen. Und weil wir sonst zu viel Biegen auf die, auf die Wege bringen würden. Ja. 25 Newtonmeter. 43. 44. 45. 46. So. 46 41 80 81 55 62 92 83